... aus Deutschland mit 6.000 PS und 4 No Heavy aus Italien mit 10.000 Wettkampf PS. Letzte Klasse des Tages, wird es dann noch einmal mit die Gifte dabei. Aber vorne das Finale in der 2,59-Klasse. Klasse, Becker, Führer. Dann haben wir die Tanne der Gerechstelle. Die Sahlenschnitte, jetzt kommt der Pohlen-Sport. 20.000. Guten Morgen, Bestleute, es geht Richtung Fultpulmarke, es reicht.